Das ist Lisa. Lisa ist ein großer Fan der sozialen Netzwerke. Sie versorgt ihre Follower stets mit neuen Posts zum Thema Mode. Noch arbeitet sie in einem Supermarkt. Doch ihr Traum ist es, eine berühmte Mode-Influencerin zu sein, um mit ihren Social-Media-Auftritten viel Geld zu verdienen. Leider klappt das noch nicht. Denn während die Zahl ihrer Follower steigt, bleibt ihr Einkommen auf dem gleichen Niveau. Sie hat zwar bereits ein E-Book geschrieben, das sie regelmäßig bewirbt, doch die Kaufrate ist viel zu niedrig. Da es sehr aufwendig ist, alle Social-Media-Kanäle zu pflegen, steht die investierte Zeit ganz und gar nicht im Verhältnis zum Ertrag. Dann trifft sie Jan, der ihr davon erzählt, dass man mit Klicktipp seine Social-Media-Follower in Kunden verwandeln kann. Lisa ist begeistert und wird sofort Klicktipp-Kunde. Sie legt direkt in ihrem neuen Marketing-Cockpit eine E-Mail-Kampagne an, die automatisch ihr E-Book verkaufen soll. Dann macht sie ein Video, in dem sie ihre Follower auffordert, ihr eine SMS mit ihrer E-Mail-Adresse zu schicken. Dafür bietet sie ihnen das erste Kapitel ihres E-Books völlig kostenlos an. Ihre Follower freuen sich über das Angebot. Und eine SMS zu schicken ist ja nun wirklich sehr einfach. Deshalb sammelt Lisa mehr E-Mail-Adressen ein, als je zuvor. Das Beste kommt aber erst. Da ihre Follower zusätzlich eine E-Mail-Serie bekommen, die ihnen Lisas E-Book schmackhaft macht, erreicht die Verkaufsrate ein neues Rekordhoch. Nun kann sich Lisa ganz auf das Shoppen neuer Kleidung für ihre Videos konzentrieren, statt sich ständig darüber Gedanken machen zu müssen, wie sie Geld verdienen kann. Möchten auch Sie entdecken, wie Sie Ihr Marketing, Ihren Vertrieb und damit Ihr gesamtes Unternehmen automatisieren? In unserer prämierten Schulung verraten wir Ihnen, wie unsere Nutzer mit sofort umsetzbaren Methoden automatisiert neue Kunden gewinnen. Sichern Sie sich rechtzeitig einen der begehrten Plätze. Senden Sie uns dazu jetzt eine SMS mit Ihrer besten E-Mail-Adresse an plus 49 177 178 93 78 Klicktipp Minimaler Aufwand, maximale Wirkung